Oh, das haben wir doch auch schön gemacht hier. Werden wir jetzt rausgelassen? Ja, wir werden jetzt, jetzt werden wir auf die Menschheit losgelassen. So, Base suchen, Leute. Ey, yeah. Gut, also, jetzt haben wir ein Problem, ne? Wie legen wir los? Base suchen, ich würde sagen, das in den Schnee, oder? Schnee ist schlecht, ne? Immer so kalt. Ja, gehen wir hier runter Richtung Süden, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Ja, dann Marschkapelle. Komm, raus, schnell, der vernünftige Base, sonst sind die weg. Das kriegen wir letztes Mal so Base gefunden. Nee, ist da wer drin. Nächstes. Ja, eben, eben. Pornshop, das ist auch immer blöde, ne? Das sind meistens diese Dinger da, diese Quest-Dinger, oder? Ja, Pornshop ist nicht gut, der ist viel zu groß. Und da ist ja natürlich eine Basis über eine Quest resetten. Darf man das? Keine Ahnung. Wo ist das Gebiet? Ist es, ich glaube, die haben wieder Endschilder, ne? Was? Wo sind die Schilder? Haben die wieder Endschilder? Guck mal, da hinten ist doch so ein Ding, wie Aldo letztens mal drinne war. Hier. Diese alte Händler-Base, oder dieses verlassene Ding da. Mit dem Food da oben drauf? Ja. Das würde ich aber jetzt nicht unbedingt als Base nehmen wollen. Das hatten die doch beim letzten Mal auch, oder beim ersten Mal, wo ich mitgemacht habe. Da war ich aber nicht drauf. Das ist ja viel zu groß. Ja, wir müssen jetzt langsam ein bisschen... Also ich würde dann eher hier das Gebäude in den Brand, hier ist Bob's Bakery. Bob's Bakery würde ich eher nehmen. Das ist zumindest mal verteidigbar. Irgendwie. Was ist denn hier hinter, hinter den Mauern? Da ist nur so eine Hütte. Alles Stein, ne? Da ist, okay, da ist schon... Da ist schon Party. Ja klar, das ist halt natürlich, da ist eine Menge drinne. Vor allem müssen wir das erst mal zumachen, ne? Alter Schwede. Die zappeln ja rum. Was ist denn das mit dem lila Ding da drauf? Wo ist lila? Lila Ding, wo, wa? Hier, Nordwesten. Ah, ne, das ist irgendwie so ein POI, den so... POI ist nicht so gut, ne? War es noch eine Kirche? PVP-Event-Start. Ach, das ist das Ding da. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, super. Äh, ja. Also, ich würde sagen, das Bakery-Ding, alles andere, ist viel zu groß. Ist da in der Kirche schon einer drinne? Wie ist Kirche? Direkt gegenüber vom PVP-Start. Äh, von dem... Keine Ahnung. Aber Kirche ist Holz, die ist eigentlich nix, ne? Nee, hier ist nix Holz. Hä? Hier ist Stein. Wo bist denn du da? Aber halt... Uns öffnen sie jedenfalls grad bei... Nee, das ist so ein Dingens. Das ist, glaub ich, auch so ein... Ach, ja, ist das da. Was ist denn du jetzt hängen gerannt? 200 Meter, was ist das? Von dem Haus hier, wo wir gestartet sind. Ach, da hinten. Jetzt rennen wir eine Stunde über die Kratz. Ja, eben. Ist grad nicht so... Ist die aus Stein? Ja, ein Teil, aber das ist, glaub ich, da geht's auch noch runter. Vor allem ist die so... Ich weiß nicht, klein. Ja, da geht's aber noch runter. Hier geht's ja noch runter. Proxy. Äh. Ja, warte mal. Hier geht's ja noch runter. Wo runter? Ja, in dem Kirchending da unten sind Särge und alles noch drinnen. Da geht's ja runter. Ach toll, da hinten läuft noch jemand rum. Da läuft jemand Richtung Osten schon rum. Das ist blöd. Ey, wo seid ihr denn jetzt? Da hinten laufen noch Leute rum. Ich bin jetzt links neben dir. Das ist ziemlich blöd. Ich bin links neben dir. Das ist ziemlich blöd. Dann sehen die, dass... Ja, letztens waren wir direkt gegenüber mit den Brasen. Dann sehen die jetzt, dass wir direkt hier drin sind und dann, äh, ja. Schön. Ja, dann machen wir... Dann gehen wir zu den Bobs Bakery oder was. Keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt mal... Vor allem ist das hier alles offen. Das ist ja ganz offen. Ja, du kannst doch runter gehen. Was meinst du damit runter? Boah, komm mit. In Untergrund. Ich wollte sagen, ich weiß, dass ich vergessen habe zu fragen. Ob man andere Basen untergraben darf. Unten ist aber schwierig, weil dann bist du quasi gefangen, ne? Am besten das hier alles. Ach du Scheiße. Okay, dann woanders hin. Also ich hätte es gesagt, unten ist nicht so gut. Nee. Irgendwo, wo man von oben aus feuern kann. Also nochmal Bobs Bakery. Okay, dann hoffen wir den, Bob. Dann hoffen wir, dass die von eben da jetzt weg sind. Ich hab schon vier Pistolen Schuss. Oh, und meinen, wir wären jetzt da. Ich hab einen. Fehlt nur noch die Pistole. Mhm. Und einer von euch kann dann gleich einen Landclaim-Block setzen, wenn wir gecleared haben. Kann ich machen. Aber erst nach dem Clearen. Wir können auch vorher setzen. Ich glaube, dann kommen die Zombies doch wieder, oder? Echt? Ich glaube, erst hier... Das wäre mir neu. Keine Ahnung. Ich hab nicht so mit den Clearen-Block setzen. In der Regel. Ich baue ja meistens eher unterirdisch. Mich würde es ja interessieren, ob man fremde Basen untergraben darf. Ich kann dir garantieren, du wirst gar nicht dazu kommen zum Untergraben. Dafür ist das Werkzeug in den ersten fünf Tagen zuschreitend. So, dann klären wir jetzt mal hier, ne? Wenn man einen Bohrer finden würde, einen Treibstoff. Und dann aber... Immer schön rauslocken und dann... Jo. So, bin ich beim falschen Gebäude oder seid ihr hinten? Wir sind hinten. Haupteingang. Beziehungsweise... Da kommt gleich von oben was runter. Aufstehen! Es wird ja nicht geschlafen. Huch! Der ist weg. Und die Dame hängt oben. Das stimmt, da kannst du vielleicht besser durchschießen. Da kann ich nicht durchschlagen. Ui! Und hüpp! Sbng! 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 Hier kommen sie gleich durch. Das ist gut, ich habe schon mal Murkywater gefunden. Das ist eine gute Frage. Ja, da oben sind Geier, sobald ich mich entsinnen kann, zumindest mal auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Das sind viele Geier, so vier, fünf mindestens. Wir können vorne das dicht machen, wir haben hinten einen Aufgang. Ich bin schon dabei. Okay, mach mal dicht. Irgendwie habe ich hier zu wenig FPS. Oh Gott, ist ja komisch. Da muss ich mal gucken, wie ich das ganze Ding hier am geschicktesten claime. Zeig ich den mir einen Bereich an? Nee. Dann babbe ich den hier mal mittig an die Wand. Dann gucken wir mal, dass wir die Kisten vielleicht irgendwie relativ in die Nähe kriegen dann. Wer klopft da schon? Ich. Ich wollte hier die Lampe da. Ah, okay. Geht das oder? Warte. Wieso? Wieso habe ich dann jetzt? Das verstehe ich nicht. Wir sind doch... Du hast die LA-Anfrage nicht angenommen, deswegen. Doch, habe ich doch. Nee, warte mal, wo bist du denn? Wusterstrom. Nee, jetzt hast du sie angenommen. Okay. Und jetzt kannst du auch kloppen. Genau. Okay. Deswegen sind die LA, die so richtig von Party ist, was man die Punkte schert. Ja, ja. Alter, das ist echt schlimm. Die Punkte schert. Ey. Ich mache mal hier eine Hedge hin mit Code, ne? Denklich, ich freue mich. Was für einen nehmen wir denn? Für die Kisten auch. Welchen Code nehmen wir denn? Ich würde mal sagen... Kann man noch Buchstaben machen? Ne. Sagen wir mal... Ich würde mal sagen F44. Einfach nur 44. F44. Buchstaben geht auch. Sollte reichen. Äh, Kleinbuchstaben. Ja, stimmt. Mit Buchstaben rechnet man erstmal nicht. Ja. Ja, dann mache ich mir mal ein paar Frames und mache das Loch hier dicht. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. So. 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 Müsst ihr mal gucken, ob er hochkommt. Sollen wir das Feuer direkt unter die Kiste setzen? Wo ist die Kiste? Bei den Flame-Flock? Hab da oben neben dem Flame-Flock mal eine Kiste gehängt. Ah. Ja. Weil beim letzten Mal ging nämlich auch irgendwie mit dem Claim-Flock die Sachen, die gehen unheimlich schnell trotzdem auf. Ist das immer noch? Keine Ahnung. Jetzt bin ich vorne ohne gehübt. Hier ist ja alles offen. Äh, wo wollten wir jetzt einen Eingang machen? Vorne, oder was? Im Prinzip müssen wir erstmal hier zu machen, ne? Bin ich bei... Hä? Vorne, oder wo? Oben. Achso. Achso. Ich bin hier unten am... Dass wir uns nicht rein snipern können. Garagentor. Ist natürlich total unauffällig, aber naja. Was soll's. Finkt ja eh nix. Finkt ja eh nix. Also levele ich wie immer. Bergbau und aufwerten. Ähm. Was? Garten brauchen wir gar nicht zu machen. Ne, also ich baue nämlich... Ich baue nämlich grad die Wand glatt, dass man nicht durchschauen kann. Ja. Also Bergbau und aufwerten. Wie jetzt, hä? Was? Naja, das fällt bei mir unter die Kategorie Bergbau und aufwerten. Ich glätte die Wand. Das heißt, kaputten Teile, Elemente nehme ich raus und ersetze sie durch Frames. Ich baue ab. Ist da noch ein Raum drin, ne? Ja. Mach mal auf, ne? Ja. Ich mach mal die Tür zu, Moment. Warum bin ich denn schon wieder überladen? Bin ständig überladen. Wir müssen die Stadtquests mal machen. Schlafsack könnten wir uns mal bauen. Ja, stimmt. Grüße von dreimal schwarzer Karte an euch beiden. Oh, schönen Gruß zurück. Ich setz erstmal ne Bedroll, besser ist das. Oh ja, das ist eine gute Idee, ne? Bevor wir hier irgendwie abhanden kommen. Man weiß ja nie, wer gleich kommt, ne? Wo platzieren wir sie denn? Ähm, setzt mal jemand Frames, drei Frames oder so, damit wir nicht direkt auf dem Boden sind. Warte, ich mach mal hier. Warte, ich mach mal hier. Ich werte mal auf. Und dann da die Frames draufsetzen. Präm... Hier kann ich ja mit den Ressourcen... Äh, sag mal, ich hab hier 28 FPS. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum ist denn das so? Äh... Äh... Brauch, weil ich es nicht gut kann, 50. Okay. So. Stone Eggs. Ich muss jetzt erstmal die Quest durchmachen, das wäre vielleicht wirklich sinnvoll. Ähm... Futter machen wir einfach so, was wir finden, oder wie? Garten wird wohl wenig Sinn machen, ne? Nee, das macht keinen Sinn. Äh... Bagel und Exen, fertig. Ich würd sagen... Jo, einen entkochen. Sollte vielleicht jeder machen. Ähm... Ich würd Intellekt jetzt mal bevorzugen. Das ist meine Standard-Sache, genau. Immer ein noch Pack-Mule? Äh... Ähm... Ich würd aber auch... Nee, nee, nee. Nee, jetzt nur generell von der... Ich würd auf jeden Fall einen in, äh... Äh... Wie heißt das? Intrinsic Immunity und einen in Selbstheilung und Standard halt, ne? Ja, Ausdauer, Leben und Perception wahrscheinlich. Ja. Gehen wir in eine Gruppe, dann wäre Charismatic Nature interessant. Tja, wo steht denn das? Das Ding nervt eher, als es was nützt, würd ich sagen, oder? Nee, das glaub ich auch nicht. Naja, wenn du zusammen unterwegs bist, hast du einen höheren Max-Health. Und du hast höhere Max-Stamina. Ja. Erstmal offen. So, ich brauche schon mal nicht... Äh... Wooden Sign? Für was wollen wir noch mal Wooden Sign? Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Ah, okay. Club. So, ich bräuchte eigentlich... Kenku lässt grüßen. Ich bräuchte eigentlich Ressourcen-Steine. Für einen schönen Club. Gator-Feeder. Ja, ist schön. Dann gehen wir mal Federn-Gatern. Federn habe ich schon 2... 92. In der Kiste liegen noch. Ah, okay. Dann nehme ich mal welche da. Macht das mehr Sinn. Warum habe ich jetzt zweimal Plant-Fiber-Gloves gebaut oder habe ich die einmal gefunden? Das kann ich dir nicht sagen. Äh... Geht ja schon gut los. Stone-Arrow. Bow. So. Ne, ich habe zweimal die Handschuhe gebaut und dafür einmal die Cup vergessen. Oh. Erhuragend. So. Frames. Und ich muss schon mal kurz AFK 20 Sekunden. Uuh. Kraft wurden Bow und Pfeile. Das ist immer eine gute Sache. Kraft. Kraft. Gut. Frem. So. Weg. 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 Auf. aufmachen genau im prinzip auch schon falls du das crap metal hast geben vielleicht kann ich die andere tür schon aufwerten naja man kann die zu viel haben habe ich gerade getroppt leute zwei pistels immerhin mit moni oder ohne ein bisschen schuss drin ja okay ist doch schon mal gut ich fand es ohne waffen eigentlich schöner ich auch mit ak einzeln schießen finde ich eine sehr bequeme sache weil du großes magazin hast und besonders in hocke machst du richtig schaden fünf schuss munition für die pistole habe ich jetzt hier und 27 fps ich bin bei 185 neun und scheißiger ist ein loch in der wand alter zu machen nicht gut da bin ich auch gerade bei loch in der wand zu machen da vorne habe ich schon zu na gut pvp hat begonnen dann sterben wir jetzt ja das ging sehr schnell dann werden wir jetzt mal schön sterben ich gucke mal wie ich ein tresor aufkriege kann er nur ewig dauern ich wollte doch gut setzen genau ich mache hier die wand zu und und setzt das dach macht dann gleichzeitig die quest fertig genau das ist auch noch mit bei so campfire holy moly und punkte 30 minuten perception gefunden das ist gut so healing faktor wichtig intrinsic wichtig essen mache ich dann jetzt mal master schief ein und cardio war das glaube ich ne angenehm increased stamina regen bei 10 beim sprinten ok oder soll ich ihr gilet die allgemein machen ich habe allgemein gemacht dass ich jetzt auf 110 110 bin also ich habe einmal agility ist da oben noch irgendwas drauf auf dem dach aber von daraus kann man halt wegschießen ja klar das ist klar eventuell kann man gucken braucht man für die schießscharten was oder kann man die direkt bauen sonst holz rein rum und oben schießscharten gesetzt da können die schlecht rein schießen aber wir relativ gut noch raus alter wir müssen erstmal hier die treppen weg machen hätte ich gesagt wir dürfen aber auch das nutzen nicht vergessen ja das ist schwierig können wir froh sein dass keine jude dabei ist weißt du was ich habe die dinge jetzt immer weiter weg ich setze einfach blöcke hinter fertig ja klar ja klar ja klar warum treffe ich denn nicht das das und unter die blöcke die so geschlöchert sind beim dach der sich aber auch noch welche dass unser nichts durchfliegen kann noch keiner gestorben wie es aussieht noch nicht interessant ja gut ich war ja noch nicht draußen wo ich hätte sterben können da muss noch einer hin soo ist da unten jetzt eigentlich dicht ne ne aber der claim block hat eine anständige reichweite so wie es aussieht oder das haus ist einfach nicht das klingt schon mal gut das klingt schon mal gut ich brauche schon wieder woodframes Das ist ein High-Handlesser. Ach, ist denn noch eine Treppe? Mei. Sag mal, Rot zeigt den mir doch nur an, wenn irgendwo ein Claim-Block gesetzt ist, oder? Ja. Okay, dann haben wir Nachbarn. Direkt beim Hunde-Ding? Ja. Wollte mich gerade fragen, darf man eigentlich im Team mehrere Claim-Blocks setzen? Nee. Der zuletzt gesetzte ist doch der aktuellste. Genau. Oh, ich habe noch einen Nippel gefunden. Das ist gut. Wenn ich einen anderen setze, aber ich meine, wenn jetzt jemand von euch einen setzen würde, wird das... Er würde den ersten aufheben. Ja. Echt? Dann haben wir das geändert. Es gibt immer nur einer. Noch. Denn ich kenne das noch so, dass ich pro Person in einem Team einsetzen kann. Weil ich kann ja mit jemand anders verbündet sein, aber wir brauchen nur zwei Standorten. Da mit ein bisschen Abstand geht das. Ja. Aber das macht ja wenig Sinn. Also außer wir mit zwei Besen bauen. Eben. Und da könnte man das andere da auch sichern. Mhm. Ich würde sagen daneben... Also ich habe den Frame eben rot angezeigt gekriegt. Mhm. Aber ich habe da auch noch nichts laufen oder sonst irgendwie was gehört. Gleich gesichert und looten gegangen. Hm. So, damit man sich hinstellen kann und schießen. Achso, Vogelnester, wenn ihr so gelootet habt. Dann kann man theoretisch eigentlich wegkloppen. Das bringt nochmal was. Mhm. Federn bringt es nicht mehr? Echt? Das frühe Praktik ist auch Federn. Nee. Ja. Aber schade, dass wir die Solarbank nicht anzapfen können. Freunde, wir bekommen unsere Borg-Fahrer. Vermitteln-Borg-Fahrer. Das ist ein Name. Wir können es nicht mehr schade. Das ist ein Name. Ich denke für dich. Ja. Aber so. Denn da gibt es nicht mehr. Verwachen. Ich bin nicht mehr so. Ich bin ja. Und dann nehm. Aber so. Ich bin fast schon. Ich bin fast schon. 90 hast du aber taghell ich spiele grundsätzlich auf 88 und da muss ich sagen dann sieht halt das dream auch noch vernünftig was das ist bei mir der grund gewesen wo mich hochgedreht hat also ich bin auf 120 auch jetzt na jetzt nicht aber normal ich hab's gerne ich sehe gern was 120 ist mir tagsüber einfach viel zu hell ich habe ja auch keinen schatten aktiviert und daher ist das nicht so schlimm okay geht in die richtung gut geht in die richtige richtung auf das ist halt nur die frage habe außen halt mal frames gesetzt ich glaube das hier machen wir auch noch weg dass man halt auf die außenmauer hinkommt aber ansonsten wenn man runter ist eigentlich erst mal im direkten schuss schuss schutz stehen müsste schwieriges wort genau so kommt es nämlich oben jetzt überall hoch und unten sichern war das wie gibt es warte mal kann man mit mit den klappen die kann man doch wenn man also abschließt nur dann öffnen da kann man doch klappen auszug hoch bauen und runter kann man hüpfen du willst jetzt nicht für die vier block ihren klappen aufzug machen oder doch natürlich um gottes will wenn ich ein haus baue läuft bei mir mitten durch den klappen aufzug kannst du jede etage einsteigen hat eigentlich jetzt jemand hier den den master koch da irgendwie ein stufe habe ich ja dann kannst du glaube ich schon bacon und ex machen oder wenn wir haben ja ich habe eins dabei ich habe glaube ich sechs oder sieben in die kiste gelegt am nächsten tag müssen wir unbedingt ein bisschen looten gehen oder wo hattest du den safe gesehen unten irgendwo neben dem eingang wenn er quasi das große tor rechts rum wobei die zuletzt die tür rein sind da geben immer kurz auf der kiste und verdammt aus der kiste gehen bedeutet nicht aus dem spiel klicken 7 eier das ist ja nicht wirklich viel ja gibt für jeden eine portion reicht erstmal wir haben ja noch ein bisschen wir können da gar keinen beck und ex machen oder brauchen wir einen grill normalerweise topf oder net ne echt jetzt dann fehlt nur holz warte mal also holz haben wir noch eine bringe ich noch magazine können wir eventuell verkaufen ja aber drei becken und ex ich mache mal noch normales fleisch wir können ja quasi aus dem vollen schiffen ich habe jetzt mal einen 250er stack fleisch im gürtel den behalte ich auch drin erstmal haben wir noch 65 fleisch die mache ich in der kiste nicht dass die irgendjemand ja 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 dass wir dann nachher nichts mehr zu futtern habe ich habe auch sechs lamprationen die werde ich gleich futtern und werde mir 15 wasser auch noch in den gürtel reinlegen als notration die werde ich auch drin lassen kämpft ja noch selbst und ich werde einen cooking pot in meinem gürtel liegen und die drei sachen da hast du ja nicht was hast du denn in deinem gürtel wärst du dich jetzt ein koch potter was ich habe einen bogen ich habe feine ich habe nur stone axe und solange ich ja nicht genug scrap metal habe um mir einen schönen club zu bauen willst du einen club haben ich hasse den club ja wenn du den nicht willst dann nehme ich den das ist eine geile sache ich meine ich habe jetzt eine zucker killer lady wüsste dann diese zuckerstange ich habe zwei zuckerstange ich kämpfe nicht beim knüppel weil die haben hier gummi arme wo bist du denn und ich komme hoch ich lege in die kiste also wenn ich es vermeiden kann gehe ich mit dem nahkampf weil die haben hier gummi arme kämpfe auch auf dem server zombies eigentlich fast nur im nahkampf nahkampf unterschuss schusswaffe also patronenwaffe wo machen wir eigentlich den aufgang hin oder haben wir den irgendwo schon wo ist denn hier der durchgang der durchgang hier nachkasten ach da einen aufgang brauchen wir ja ja der ist aufs dach ist hinten von vom erdgeschoss also entweder machen wir hier komplett weg oder drüben komplett weg weil beide aufgänge gleichzeitig ist blöd also ich würde hier komplett weg machen das tier ist unübersichtliche also die ganze treppe und dann machen wir hier dach zu dem boden ich muss so relativ trinkt was erstmal das ding hier unten aber komplett mit bikes vergießen das kannst du machen ich werde nämlich auch jetzt mal mal gleich weit essen bei und hab hier also um 4 uhr würde ich sagen gehen wir mal raus gehen wir mal looten und gucken mal ob man den einen oder anderen sehen oder 50 so essen ist läuft gleich fertig könnt ihr holen ich nach steht schon mal was ich habe nämlich nur noch 92 stamina welches keine tisch alter kraftet der langsam weil sie spikes oder was ja ja das dauert bist du nicht geparkt ist schwierig im spielstand und den ich mit jack mikbus und co habe ja habe ich halt intellekt auf level 9 da gewöhnt man sich dran 60 prozent schneller